Seit 1874 ist das Familienunternehmen Evas Viehhandelsgesellschaft MbH ihr verlässlicher Partner und das Bindeglied für die Beteiligten in der Produktionskette bei der Vermarktung von Ferkel und Schweinen. Mit dieser Erfahrung von über 140 Jahren sind wir Spezialisten auf unserem Gebiet. Unser qualifiziertes Team von Mitarbeitern betreut sie zuverlässig, individuell und persönlich bei allen Aufgabenstellungen und bietet ihnen maßgeschneiderte Lösungen für ihre persönliche Situation und ihr Unternehmen. Die optimale Koordination und unsere Kooperation mit Futtermittelberatern und Hoftierärzten vor Ort als langjährigen anerkannten Partnern garantieren Qualität in allen Bereichen. Wir liefern ihnen die Tiere aus einheitlichen Gruppen mit Gesundheitszertifikat auf gereinigten und desinfizierten Fahrzeugen gemäß Tierschutzverordnung. Profitieren Sie von über 140 Jahren Erfahrung. EFAS Viehhandelsgesellschaft MbH